Ich bin SMD Mireille und ich bin Martin Schurdewan. Wir treten an, um Europa sozial zu machen. Darum zur Europawahl am 26. Mai die Linke wählen. Danke. Aus. Glauben Sie mir, Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Und wir unterziehen uns dieser Mühe, nur weil es diesmal so wichtig ist, zur Europawahl zu gehen. Sehen Sie, wir haben eine Jugend, die immer europäischer wird. Und für Sie müssen wir, auch wir Alten, die europäische Integration unbedingt retten. Also gehen Sie zur Wahl. Bitte.